Was, wenn es einen Ort gäbe, der abseits der Metropolen einfach nur Raum bietet? Raum, echte Freiheit zu erleben und über sich hinaus zu wachsen. Raum, im Einklang mit sich selbst zu sein und das Leben voll auszukosten. Was, wenn es diesen Ort tatsächlich gibt? Algo. Mehr Freiraum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017